Heute validieren wir Inputfelder mit CSS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder um Inputfelder und das Feedback, was damit zusammenhängt. Und zwar haben wir auf diesem Channel schon einige Videos gemacht, wie man ein Kontaktformular richtig gestaltet oder coole Effekte macht. Und das Ganze werden wir jetzt alles so ein bisschen zusammenschmeißen mit ein paar neuen Tools, die es da gibt und werden richtig coole Inputfelder bauen. Das Ganze ist ziemlich easy und ersetzt natürlich in keinem Fall PHP-Validierung. Was heißt, das, was wir heute machen, ist nur die oberste Ebene, die dem User sagt, hey, hier ist was falsch oder hey, hier ist was richtig, auf keinen Fall ersetzt das in irgendeiner Form die Validierung auf dem Server mit PHP, mit Ruby oder mit irgendetwas anderem, was dafür gemacht ist. Was heißt, das geht heute wirklich nur um die oberste Ebene und mehr machen wir nicht. Grundsätzlich, wenn ihr Fragen, Probleme oder so etwas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zu Discord. Dort könnt ihr eure Fragen stellen oder einfach der Community joinen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Also viel Spaß! So und los geht's mit dem heutigen Tutorial. Heute geht es darum, wie wir Formularfelder mit CSS validieren. So sieht das Ganze später aus. Wir haben hier zwei Formularfelder. Was das Ganze ist, könnt ihr natürlich komplett random euch selbst überlegen. In diesem Fall hier unten ist es ein einfaches Textfeld. Wenn ich hier reinklicke, steht da unten schon, bitte gebe einen Namen ein. Keine Zahlen oder Sonderzeichen und hinten ist so ein kleines Rädchen, was sich dreht. Wenn ich jetzt hier beispielsweise Johannes reinschreibe, dann ist das Ganze valider. Hier oben wird auch der Name schon grün, der Placeholder. Wenn ich rausklicke, kriegen wir auch da hinten so ein kleines Häkchen, was heißt, das Ganze ist okay, es passt. Wenn ich hier jetzt beispielsweise eine Zahl reinschreibe, dann ist das Ganze falsch. Der Name hier oben wird rot und hierhin bekommen wir so ein kleines X. Was heißt, wir können hier schon mal ein bisschen was visualisieren. Das Gleiche funktioniert natürlich auch wie hier, beispielsweise contact-at-unleashed-design.de. Funktioniert wunderbar, was heißt, in dem Moment, wo wir das hier gemacht haben, ist unsere E-Mail-Adresse valide. Wenn ich hier hinklicke, kriegen wir hier ebenfalls ein Häkchen. Wenn ich das Ganze jetzt ohne ein Ad-Zeichen habe, also keine valide E-Mail-Adresse ist, dann wird das Ganze als falsch dargestellt. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr, sehr einfach, deswegen klicken wir das jetzt weg und fangen direkt an. Grundsätzlich ist das unsere ganz normale Entwicklungsumgebung. Wie immer findet ihr die Anleitung dazu unten in der Videobeschreibung. Ansonsten finde ich auch eine Live-Demo in der CodePen-Version unten in der Videobeschreibung ebenfalls verlinkt. Grundsätzlich haben wir hier erstmal drei SVG-Grafiken, einmal Check, Fail und Spinner. Das sind im Prinzip einfach nur, wenn ich hier drin bin, dieses Rädchen, beziehungsweise wenn ich hier was reingeschrieben habe, diese Bestätigung oder halt das X. Das sind diese drei SVG-Grafiken, die wir benutzen. Ansonsten benutzen wir nur CSS, also beziehungsweise nicht CSS, sondern SAS und wir haben eine Index-HTML. In dieser haben wir schon zwei Formularfelder, die ich ein bisschen genauer erklären muss. Und zwar haben wir um jedes Formularfeld, was ihr auf diese Weise validieren möchtet, haben wir einen Div-Container. Dieser Div-Container besitzt die Klasse FormField. Egal was ihr macht, ob ihr eine E-Mail-Adresse, ein Passwort, einen Nutzernamen, eine Zahl, ein Datum, was auch immer ihr eingeben möchtet, es muss in so einem Div-Container sein im Prinzip. Hier drin befinden sich dann drei Elemente. Hier unten im Prinzip unser Input-Feld, was ich mithilfe von Pattern, also dem Pattern-Tag, so validiert habe, dass dort nur, also nur Groß und Klein eine Buchstabe genutzt werden dürfen und es müssen mindestens drei sein und es können so viele sein, wie es, ja, wie möglich, beziehungsweise wie man möchte. Das Ganze ist required, also es darf nicht leer gelassen sein. Außerdem besitzt es die Klasse Focus, das ist theoretisch eigentlich egal, das ist für ein kommendes Video wichtiger. Außerdem ist es Type Text, hat den Namen Name und den Placeholder Name und hier unten haben wir ein Label für E-Mail, hier muss natürlich noch ein Name rein und einen Div-Container mit der Klasse Hint, Hint-Text und der Klasse Name. Das Ganze hier oben ist im Prinzip exakt das Gleiche, nur für ein Typ E-Mail-Feld, wir haben hier E-Mail-Adresse drin stehen in dem Label, wir haben hier unten Hint-Text wieder mit E-Mail, diese beiden Klassen sind wichtig, darauf kommen wir später noch einmal zurück, aber grundsätzlich kann man hier halt unendlich viele von anlegen, das Ganze können wir jetzt abspeichern und das Ganze sieht bei uns leider noch ein bisschen nicht so wirklich schön aus. Deswegen mache ich das Ganze jetzt mal kleiner und wir fangen an mit SAS. Grundsätzlich habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet, wir haben einmal meine beiden Standardfarben, dann natürlich Rot und Grün für Bestätigung beziehungsweise Ablehnung und hier habe ich schon ein bisschen was gestylt, dass halt der Hintergrund diese Farbe hat und dass wir das Ganze in der Mitte haben. Ansonsten ist das aber für unser Tutorial komplett egal und wir fangen jetzt erst mit dem Wichtigen an. Und zwar als erstes haben wir ja um jedes unserer Formfelder einen Div-Container mit Formfield. Das stylen wir so. Wir sagen Position Relative, das hat damit zu tun, dass wir hier drin später die Elemente positionieren möchten. Außerdem sagen wir, die sollen einfach noch ein bisschen Abstand haben, sollen 300 Pixel beziehungsweise 30 Rem breit sein und 70 Pixel beziehungsweise 7 Rem hoch. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, haben wir hier die schon mal ein bisschen besser positioniert. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir stylen unser Input-Feld. Dieses stylen wir in unserem Formen-Field. Das heißt, wir wollen, dass das nur genutzt wird, dieses Styling, wenn es auch in einem Formen-Field ist. Hier sagen wir, die Hintergrundfarbe ist so ein bisschen transparent, Border-None, Display-Block, dass wir halt später dort drin Elemente steilen können. Sagen Weite 24,5 Rem zusammen mit 4 Rem Padding und 1,5 Padding links und rechts. Kommen wir hier ebenfalls auf 30, womit wir wieder auf diese 30 hier oben kommen. Dann Border-Radius, damit das Ganze so ein bisschen abgerundete Ecken bekommt, wie hier. Dann Margin, dass es nochmal ein bisschen mehr Platz bekommt, theoretisch, wenn wir möchten. Z-Index 2 von Size 1,6 Rem. Das passt soweit. Und hier unten sagen wir die Icons im Prinzip. Was heißt, wir sagen No Repeat. Was heißt, dieses X, was wir hier eingebunden haben, das ist im Prinzip nur ein Hintergrundbild, was in diesem Fall einfach Non-SVG ist. Hier sagen wir Background Size 3 Rem, Background Position, dass es halt hier hinten ist, mit Prozentzahlen und No Repeat, sodass es sich nicht die ganze Zeit wiederholt, sondern nur einmal eingebunden wird. Wenn wir das Ganze jetzt speichern, aktualisieren, sehen wir, wir haben schon im Prinzip sehr ähnliche Felder mit dem, was wir hier haben. Allerdings fehlt uns hier noch einiges an besseren Styling. Und zwar erstmal unsere Label-Text, die hier unten einfach in schwarz sind. Die stylen wir jetzt als nächstes. Und zwar kopiere ich mir die ebenfalls hier einfach nur rein. Sage Label. Das Ganze ist ein bisschen kleiner. Die Farbe ist unser Orange-Ton. Dann Position Absolute, Opacity, Z-Index und Transition, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere. Wir sehen jetzt, dass hier oben schon die E-Mail-Adresse sich richtig hingeschoben hat und hier unten der Name. Was heißt, wir haben jetzt schon mal, es sieht schon mal ein bisschen mehr aus wie hier. Allerdings fehlt uns hier noch einiges an Inhalten. Und zwar müssen wir jetzt als nächstes unseren, ja, dafür sorgen, dass wir, wenn wir nichts eingegeben haben, dass wir nur den Placeholder sehen, aber nicht unser Label. Was heißt, das ist das Nächste, was wir machen. Und wir wollen, dass unser Placeholder so aussieht, wie unser Text, den wir hier eingeben, den wir hier oben mit Font, Size und Color innerhalb des Inputs schon gestylt haben. Um das zu tun, kopieren wir uns jetzt ein weiterer Zeile-Code und sagen Sternchen. Damit selektieren wir alles auf der Webseite, sagen hier Placeholder und die Farbe ist weiß. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und aktualisieren, sehen wir hier, wir haben jetzt unseren Placeholder weiß und wenn ich hier schreibe, haben wir keinen Unterschied mehr. Das Nächste, was wir machen, ist, wir kopieren uns ebenfalls noch eine Zeile und sagen, Ups, Input, Fokus, Outline, None, was heißt, wir wollen nicht, dass das gerade aktiv ist. Diese Outline können wir theoretisch machen, allerdings in dem Moment, wo ich hier reinklicke und hier hinten etwas passiert, was heißt, in dem Moment, wo ich das Formularfeld fokussiert habe, passiert so viel um dieses Formularfeld, dass es sehr eindeutig ist und wir keinen zusätzlichen Outline mehr brauchen. Wer möchte, kann natürlich hier auch einen Radius, einen Rahmen vergeben. Grundsätzlich wollen wir jetzt dafür sorgen, dass, wenn ich hier reinklicke, unser Label, was sich gerade hier oben befindet, ein bisschen anders verhält. Und zwar brauchen wir hierzu einen kleinen zusätzlichen, ja, einen Selector im Prinzip, einen CSS-Selector, der nicht so bekannt ist, würde ich sagen, weil ich kannte ihn auch erst vor, ja, noch gar nicht so lange, ehrlich gesagt, und heißt, und zwar heißt der Placeholder Minus shown. Und das bedeutet, in dem Moment, wo der Placeholder gezeigt wird, soll unser Label, was heißt dieses Plus, bedeutet, wir selektieren das nächste Label, was nach unserem Element kommt, beispielsweise bei diesem Inputfeld wäre es dieses Label, bei diesem Inputfeld wäre es dieses Label, das heißt, in dem Moment, wo ihr mit diesem Plus arbeitet und beispielsweise das Label hier oben hinschiebt, funktioniert es nicht mehr. Das heißt, die Reihenfolge, so wie das hier steht, ist wichtig und sollte auch so genutzt werden. In dem Moment, wo also unser Placeholder gezeigt wird, was jetzt gerade der Fall wäre, soll unser Label gar nicht sichtbar sein, soll die Font Size 1.6 haben und die Farbe weiß. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, ist es auf einmal weg und in dem Moment, wo ich hier reinklicke und etwas schreibe, sehen wir, zack, es animiert sich da oben hin. Und das hat den Grund, dass im Prinzip unser Label ja hier positioniert ist, was heißt, wir sehen, unser Label steht hier in einer großen Shift-Größe und in dem Moment, wo ich hier reinklicke und das reinschreibe, wird praktisch das hier überschrieben und wir kriegen ein ganz normales Label, wie wir es vorher kannten, was dann hier oben angezeigt wird. Das ist schon mal geschafft, was heißt, wir haben schon mal so einen netten Fokuseffekt, der uns immer noch hinweist, was dieses Formularfeld eigentlich ist, selbst wenn etwas drinsteht. Was heißt, das funktioniert schon mal wunderbar, würde ich sagen. Aber was genau können wir jetzt machen, um beispielsweise dafür zu sorgen, dass dieses Rädchen hier an der Seite kommt? Das Ganze ist, naja, ziemlich einfach, ehrlich gesagt. Und zwar machen wir nichts anderes, als zu gucken, ist das Formular valide. Was heißt, wir sagen, ist das Formular valide, mach etwas. In unserem Fall kopiere ich mir hierzu jetzt eine ganze Reihe von Elementen hier rein. Zack und schummel etwas und erkläre jetzt, was ich hier gemacht habe. In dem ersten Moment sage ich, Input Placeholder shown, also wenn unser Placeholder gezeigt wird, was jetzt gerade nicht der Fall wäre, dann soll kein SVG-Bild angezeigt werden. Was heißt, in dem Moment, wo es beispielsweise leer ist, wollen wir hier nicht irgendwie einen Fehler haben. Wenn ich das jetzt beispielsweise hier oben nur mit Input valide sage, also in dem Moment, wo unser Input invalide ist, soll etwas gezeigt werden und ich das Ganze starte, dann sehen wir hier, es werden Elemente gezeigt. Das ist nicht gut. Was heißt, in dem Moment, wo etwas gezeigt wird, sagt er hier schon, es ist nicht valide, obwohl es ja eigentlich in Klammern noch nicht valide ist, weil noch nichts eingegeben wurde. Deswegen schreiben wir hier, wenn der Placeholder gezeigt wird und es trotzdem invalide ist, dann sage einfach, okay, zeige nichts an. In dem Moment, wo ich das jetzt abspeichere und aktualisiere, sehen wir hier, es wird nichts angezeigt. Gleichzeitig sagen wir, wenn das Ganze valide ist, dann soll er uns definitiv das Check anzeigen, also dieses Häkchen. Wenn das Ganze invalide ist, soll er unser Fail anzeigen, also das Kreuz. Und in dem Moment, wo es fokussiert wird, soll er unseren Spinner anzeigen. Das heißt, selbst wenn es invalide ist und es fokussiert ist, soll er den Spinner anzeigen. Und wenn es valide ist, soll er uns den Spinner anzeigen, solange das Ganze fokussiert ist. Was heißt, wir stacken hier im Prinzip einfach CSS-Selektoren aufeinander, um etwas tiefere Logik zu erzeugen. Was heißt, in dem Moment, wo ich das jetzt speichere und beispielsweise hier Hallo reinschreibe, funktioniert das Ganze wunderbar. Was heißt, es sieht so aus, als wenn im Hintergrund beispielsweise das Ganze validiert wird, was theoretisch beispielsweise auch mit JavaScript passieren könnte. Also wenn ihr beispielsweise mit JavaScript, AJAX, React, Angular oder so etwas arbeitet, könntet ihr hier wunderbar eine serverseitige Überprüfung machen, indem ihr das Input-Field komplett die ganze Zeit an den Server übermittelt, etwas zurückbekommt und so eine valide, wirklich valide Überprüfung übermittelt. So ist es im Prinzip ein bisschen gefakt. Allerdings reicht das für kleinere Formulare, finde ich, wunderbar aus. In dem Moment, wo ich jetzt was reinschreibe beispielsweise, sagt, okay, es ist falsch. Wenn wir jetzt als Beispiel das hier einfach mal rauslöschen und das Ganze aktualisieren, hätten wir den Fall, dass, wenn ich hier was reinschreibe, direkt immer das Richtige angezeigt wird. Was heißt, wenn ich hier Zahlen reinschreibe, was wir nicht dürfen, ist es invalide. Wenn ich hier Buchstaben reinschreibe, wird es direkt valide. Was heißt, ihr braucht keinen Spinner oder so etwas. Das hier ist nur mehr oder weniger ein zusätzlicher Schritt, den ich ganz nett finde, weil einfach das Ganze so ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Aber wir haben ja noch mehr als nur das. Was heißt, in dem Moment, wo ich hier etwas reinschreibe, verfärbt sich hier oben auch unser Label-Tag. Was heißt, in dem Moment, wo ich das richtig schreibe, wird es grün, wenn es falsch ist, wird es rot. Und diesen Schritt sollten wir jetzt auch noch hinzufügen. Und zwar machen wir das auf exakt dieselbe Weise. Was heißt, wir haben hier oben unseren Label und in dem Moment, wo unser Label im Prinzip, unser Input-Feld, valide ist, soll unser Label, also wir greifen wieder mit dem Plus auf das nächste Label zu, soll es rot werden. In dem Moment, wo das Ganze green ist, äh, wo das Ganze valide ist, soll das Ganze green werden. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und aktualisiere und hier etwas eingebe, seht ihr schon, es funktioniert. Wenn ich hier jetzt rausgebe, bleibt es grün, wenn ich hier jetzt reingehe, passiert wieder nichts mehr. Wir können jetzt natürlich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, in dem Moment, wo wir das Ganze, also Input, Valid, ups, machen wir das mal hier rein, Komma und natürlich auch das hier. Solange wir das gerade fokussiert haben, wollen wir das ebenfalls wieder in den Normalzustand versetzen. Das heißt, wir wissen ja beispielsweise gar nicht, ob die Eingabe, wenn sie abgeschlossen ist, valide oder invalide ist, weil sie ist noch nicht abgeschlossen. Und deswegen wollen wir das Ganze jetzt einfach wieder normal in unserem Orangeton zeigen, beziehungsweise eure Kernfarbe, was auch immer das sein sollte. Wenn wir jetzt hier reinschreiben, wird das Ganze einfach orange, weil es ist noch nicht gecheckt. Wenn ich jetzt hier rausgehe, wird es grün, weil es ist valide, es ist nur Text. Und hier oben, wenn ich jetzt beispielsweise sage, hallo, at gmail.com, überlegt da jetzt, ist es nochmal unsere normale Farbe. Wenn ich hier rausklicke, passt es. Wenn ich das jetzt hier rauslösche, wird es rot, weil wir wie gesagt hier definieren, wenn das Ganze invalide ist, soll es rot werden. Das heißt, damit haben wir schon mal, würde ich sagen, einiges geschafft. Aber Formulare, so wie sie jetzt hier zu sehen sind, sind nicht so hilfreich für den User. Was heißt, wenn ich hier was eingebe, sowas zum Beispiel, woher soll ich denn hier in diesem Formular oder in diesem Input-Feld wissen, dass diese Eingabe falsch ist, weil da steht Name, vielleicht hat mein Name eine Zahl, warum auch immer. Und ich muss darauf hinweisen, dass dieser Name, dass das praktisch keine Sonderzeichen zulässt oder keine Zahlen. Und dafür benutzen wir diesen kleinen Diff-Container mit Hint-Text. Was heißt, in dem Moment, wo hier das eingegeben werden soll, benutzen wir diesen Text, der da drin steht. Aber hier steht nichts drin und hier wird auch nichts drin stehen. Was heißt, in dem Moment fügen wir hier unten einfach nur etwas Kleines hinzu und sagen, okay, wir sprechen jetzt diesen Diff-Container an, Hint-Text, sagen Position-Absolut und positionieren den hier unter dem Formularfeld. Dann sagen wir, okay, wir haben jetzt hier drin unseren Text mehr oder weniger, einen kleinen Abschnitt, zack, und sagen, wir haben hier unseren Hint-Text in einem Before-T. Das heißt, in einem Before-Pseudo-Element haben wir unseren Text später, der wird ebenfalls positioniert und umfasst praktisch später den Text. Aber wie können wir jetzt unseren Text hier richtig schön validieren, vor allem mit unterschiedlichen Meldungen? Was heißt, in dem Moment, wo ich jetzt hier etwas reinschreibe, steht ja hier eine andere Meldung, als wenn ich hier oben etwas reinschreibe, obwohl hier in den beiden Fällen nichts drinsteht. Ich könnte jetzt natürlich einfach hingehen und sagen, okay, wir geben jetzt unserem Before-Tag einfach Content und gucken uns das Ganze an, schreiben hier was rein. Und es passiert nicht wirklich was, weil wir haben hier weder Opacity vergeben, noch wird es schon angezeigt. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen unseren Text anzeigen lassen. Und das machen wir direkt hier. Und zwar sagen wir, Input, Focus, Invalid, plus Label, plus Hint-Text, Before. Was heißt, um das Ganze mal ein bisschen aufzuschlüsseln, wir haben unser Input-Feld. Unser Input-Feld ist aktuell von uns gefokust, was heißt, wir haben mit der Maus reingeklickt, schreiben gerade etwas. Es wird invalide, was heißt, es ist nicht mehr korrekt. In dem Moment soll im Prinzip das nächste Label und nach dem Label das nächste Hint-Text-Element, also im Prinzip dieser Div-Container, angezeigt werden und dort das Before-Tag angesprochen werden. Hier sagen wir, Opacity ist 1 und Color ist Red. Was heißt, in dem Moment, wo ich das jetzt abspeichere und hier etwas eingebe, bekommen wir eine, ja, im Prinzip eine Meldung. Hier unten aber ebenfalls dieselbe Meldung und das wollen wir natürlich nicht. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache und man könnte jetzt natürlich auch hingehen und sagen, man nimmt das raus und sagt, es wird immer angezeigt in dem Moment, wo es nicht mehr valide ist. Das heißt, wenn ich das jetzt eingebe und hier rausgehe, passiert es, wenn es valide ist, bleibt es stehen. Ich persönlich finde das hier auch nicht schlecht, allerdings wollte ich halt zeigen, dass man das Ganze beispielsweise auch mit Hinweisen versehen kann, wie zum Beispiel, ja, ein bisschen ausführlichere Hinweise, indem man einfach sagt mit Fokus, die sonst einfach zu lang wären beispielsweise. Aber wir wollen ja unterschiedliche Hinweise haben, was heißt, das hier funktioniert nicht. Und wir haben vielleicht später auch mehrere Felder, was heißt, wir haben vielleicht mehrere E-Mail-Felder, Telefonfelder, Felder, wo wir sagen, dass wir nur Text verwenden dürfen. Und dafür benutzen wir jetzt noch eine kleine weitere Verschachtelung. Und zwar sagen wir hier, okay, in dem Moment, wo unser Input-Fokus invalid ist, wir setzen das Fokus hier mal raus, was heißt, in dem Moment, wo es invalid ist, setzen wir die Klasse E-Mail und die Klasse Name, setzen wir jeweils unterschiedliche Fehlermeldungen aus. Was heißt, hier oben bei unserem E-Mail-Feld hat unser Diff, unser Hintext, die Klasse E-Mail, hier unten die Klasse Name, was heißt, so können wir unterschiedliche Hinweise vergeben. Wie ihr seht, hat das Ganze funktioniert, was heißt, wir haben hier unten wunderbar jetzt Hinweise, wir können jetzt das beispielsweise rauslöschen, zack, es funktioniert, es ist grün. Gleichzeitig kann man nämlich jetzt auch sagen, theoretisch, wenn man möchte, man sagt hier valid und sagt, keine Ahnung, okay, das passt. Speichere das Ganze ab und kann jetzt hier etwas reinschreiben, wobei das hat jetzt gerade irgendwie nicht funktioniert, ich weiß jetzt auch nicht, warum. Valide, soll valide, ah, es wird hier natürlich nicht angezeigt, wenn das Ganze valide ist, das müssen wir jetzt natürlich nur anpassen und sagen hier beispielsweise green. Man kann jetzt sowas auch machen, okay, das passt, das ist korrekt eingegeben, hier würde zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, was man als Bestätigung da reinschreiben kann, finde ich persönlich überflüssig, deswegen habe ich es auch nicht drin, aber es ist halt, wie gesagt, möglich. Man kann nämlich auch einfach eine Bestätigungsmeldung eingeben lassen, allerdings ist das Ganze relativ schwer zu nutzen, ohne dass man wirklich ein Datenbankfeedback hat. Beispielsweise kann man das super machen, wenn man einen Benutzernamen auswählen soll und während man tippt oder wenn man aufhört zu tippt, dass man in dem Moment schon einen Ping an den Server schickt, um zu gucken, hey, ist dieser Benutzername schon vergeben? Wenn ja, gib ein Error zurück und mach das ganze Feld rot, in dem Moment, wo es noch nicht existiert, mach das ganze Feld grün, aber sowas ist dann tiefere Funktionalität, was in diesem Tutorial nicht möglich ist und auch, wie gesagt, mit reinem CSS nicht funktioniert. Aber wie ihr seht, kann man mit reinem CSS eine ganze Menge machen. Wir können hier Sachen reinschreiben, wir können das Ganze anpassen, wir können jetzt hier sagen, hallo at irgendwas.de und das Ganze wird grün, wir können das rauslöschen und es wird ebenfalls grün. Und damit haben wir ein Formulargrundgrößt erschaffen, mit dem ihr eine ganze Menge coole Formulare bauen könnt und selbst für kleine Kontaktformulare ist diese Art des Feedbacks, der Visualisierung ein wichtiges Hilfsmittel, um einfach zu zeigen, okay, es ist richtig eingegeben, es passt so, selbst wenn es nur optisch ist und keinerlei technischer, ja, wirklicher Hinweis dahinter steckt. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, wie immer unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Twitter, Facebook, Instagram. Ansonsten, wenn ihr diesen schnell unterstützen möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu Patreon, um Videos eher zu sehen oder einfach andere kleine Vorteile zu genießen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.